Zu einer Messerstöcherei ist es am Montagmittag vor einem Fastfood-Restaurant in der Dessauer Innenstadt gekommen. Dabei sollen mehrere Personen zunächst in eine Schlägerei involviert gewesen sein. Ein Dessauer und eine Person mit Migrationshintergrund sind aus bisher ungeklärter Ursache so aneinandergeraten, dass die Person mit Migrationshintergrund ein Messer gezückt und sein Gegenüber lebensgefährlich am Kopf und Bauch verletzt hat. Der Verletzte wurde ins Klinikum gefahren, der Mann mit dem Messer wurde durch Polizeibeamte verhaftet und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.